Hi zusammen, hier ist schon wieder Pavel und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, Stative. Ich möchte heute die Frage beantworten, die mir schon viele gestellt haben. Pavel, was hältst du von Stativen? Magst du Stative oder nicht? Ja, ich mag Stative, ich benutze Stative und ich benutze nicht nur ein Stativ, sondern mehrere. Es gibt auf dem Markt so viele Stative, wir sind am Meer und man kann sie nicht alle kaufen. Das ist natürlich auch gut so, da müssen wir uns auf das Beste konzentrieren und natürlich das auswählen, was wir für unsere Anwendungen brauchen. Ich habe jetzt hier zwei kleine Stative, also er sagt jetzt, ja, das ist Kleinkram, was für Kinder? Nicht ganz, also das ist nicht ganz für Kinder. Also hier habe ich einmal Sirui 3T35K, das ist ein Stativ für Kompakt oder für Systemkamera. Finde ich sehr witzig, kann man vor allem so nutzen, dass wir das als Stativ für, sagen wir so, als Tischstativ nehmen oder wir nutzen das als Stativ für andere Sachen, wie zum Beispiel für Handycams und als Fortsetzung einer Videokamera. Ja, also das kann man wunderbar nutzen, ist große Hilfe für solche Dinge und also finde ich sehr interessant als Option für das, was wir haben wollen. Muss mich natürlich noch daran gewöhnen, wie das Ganze jetzt hier zusammengeklappt wird. So, ja, jetzt kann man das auch als Tischstativ benutzen. Ist allerdings nicht ganz günstig, kostet ungefähr 90 Euro, ja, aber sehr gute Verarbeitung, sehr solide und Packmasse sind wirklich sehr klein. Also passt in jede Handtasche oder wenn wir mit Kompaktkamera unterwegs sind, kann man das richtig schön mitnehmen. Allerdings am Flughafen, ich warne euch, das Ding wird durchleuchtet und ihr werdet dann nach hinten gebeten, weil die Form sieht ein bisschen aus wie eine kleine Stingergranate, ja, das ist natürlich ganz gefährlich und deshalb würde ich sagen, ich nehme für die Reise, wenn ich jetzt zum Beispiel per Flugzeug verreise, doch lieber was anderes, zum Beispiel sowas, ja, das sieht harmlos aus und hat auch gleiche Funktion. Das können wir als Tischstativ benutzen und wir können das zusammenklappen und als Handstativ für Videokamera nehmen. Das ist übrigens Kuhlmann Magnesit-Copter mit dem Kopf CB Nummer 2. Das Ganze kostet im Vergleich zur Sirui-Variante ganze 30 Euro. Und mit diesem Stativ habe ich schon sehr gute Erfahrungen weltweit gemacht, ich habe damit sogar gefilmt mit einer 4K-Sony-Kamera FDR-AX100. Das glaubt ihr jetzt nicht, aber es ist so und das Stativ hat mir gute Dienste geleitet. Also das sind jetzt praktisch zwei Stative, die für die Handtasche sind, die sind sehr leicht, beide gut, Sirui ist ein bisschen schwerer und natürlich auch klar, also Sirui hat einen viel besseren Kopf. Hier diesen Standardanschluss, was man auch bei Novoflex kennt, also das ist jetzt praktisch so eine Platte hier, er wird dann verschraubt mit dem Stativ und ja, also feine Geschichte. Hier muss man die Platte komplett reindrehen, ist nicht wechselbar. Also, das sind jetzt Stative, die klein und handlich sind und natürlich sehen sie auch ganz süß aus. Apropos süß, also die schieben wir jetzt erstmal zur Seite. So, nächste süße Variante, das hier. Das ist Rolay Photo Pro mit dem Kopf FBH 53P. Eine sehr coole Geschichte, finde ich, weil, also ich persönlich lege großen Wert auf Stative, die stabil sind und trotzdem kleine Packmasse haben. Das heißt, ich kann jetzt Stativ zum Beispiel fast komplett im Fotorucksack verstauen oder am Fotorucksack anbinden, also die Masse sind wirklich okay und Stativ ist sehr stabil, allerdings für Spiegelreflexkameras wird das etwas zu leicht. Speziell wenn wir jetzt, sagen wir, Langzeitbelichtungen machen wollen, dann wird das etwas eng. Also da würde ich sagen, okay, das ist ein guter Stativ für Systemkamera, für Kompaktkamera oder für Bridgekamera und Stativ hat vier Segmente oder fünf, ne, fünf Segmente sogar und die werden jetzt hier praktisch ausgeschraubt, rausgezogen und das Ganze dauert natürlich etwas länger. Also ich bin selbst kein großer Freund von solchen Segmenten. Zum Beispiel Sirui hat auch solche Stative, wo jeder Segment rausgedreht werden soll. Das frisst natürlich Unmengen an Zeit und ich bevorzuge eher die Stative, die praktisch solche Klappverschlüsse haben. Dazu kommen wir später. Aber hier finde ich es sehr gut. Also wir haben tatsächlich die Möglichkeit, Stativ entweder auf den Tisch zu stellen oder wir können Stativ ausfahren, auf den Fußboden stellen. Und hier gibt es wie bei vielen anderen Stativen auch so ein Hacken. An diesem Hacken können wir zum Beispiel eine Einkaufstasche befestigen oder einen Sack mit Steinen. Das bringt dem Stativ eine zusätzliche Stabilität und so können wir auf verwackelungsfreie Aufnahmen hoffen. Dann gibt es hier noch ein Gimmick, finde ich auch ganz witzig. Also es gibt so eine kleine Wasserwaage hier. Gut, also damit kann man natürlich nicht bauen. Würde ich auch nicht empfehlen, diese Wasserwaage zum Bauen zu benutzen. Und es ist ziemlich mühsam, diese Wasserwaage zu verstellen hier, damit sie gut funktioniert. Also das ist eher so ein Hingucker. Und ich sehe gerade, also die, ja, da braucht man doch eine bestimmte Zeit, um diese Wasserwaage irgendwie so hinzubekommen, dass das alles funktioniert. Aber ich glaube, das ist eher aus optischen Gründen so gemacht. Und sogar hier in diesem Drehknopf ist auch eine Wasserwaage. Das finde ich extrem geil. Aber gut, ist Geschmackssache. Ich brauche sie nicht. Für mich ist viel wichtiger, dass wir hier eine Option haben, dass wir drehen können. Das ist zwar kein Nordallstativ, aber es passt wunderbar. Und wenn wir hier ein bisschen lockerer lassen, dann können wir zum Beispiel für Videodreh machen. Aber Video, das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Also jetzt praktisch nur die Nordlösung. Aber alles zusammen, was ich zu diesem Stativ noch sagen möchte. Ich finde es absolut klasse. Es ist sehr leicht, sehr klein. Und wer nicht gerade mit Kiloweise Kameras verreist und diese Kameras auf diesem kleinen, putzigen Stativ befestigen möchte, ist damit sehr gut bedient. Und die Farbe, guck mal, alles Ton in Ton. Armband von der Uhr, orange, das ist orange. Und die Unterhose, die ich trage, ist auch orange. Das ist natürlich auch ganz wichtig. So, gute Sache. Und dann zeige ich jetzt eine geile Geschichte. Das hier. Das ist Manfrotto 055 CXPRO. Also CX Pro Nummer 4. Carbon Stativ. Carbon Stativ ist natürlich extrem geil. Wenn wir ein Auto drinnen mit Carbon Look ausgekleidet haben, dann sagen sie alle, wie geil ist dieses Auto. Und bei Stativ sagt man das auch, oh geil, ich habe ein Carbon Stativ. Da fühlt man sich auf einmal viel wichtiger als mit einem Alustativ. Und ja, Carbon ist theoretisch leichter. Aber wenn ich jetzt diese ganze Kombination in den Händen halte, ja, das sind auch schon über 2 Kilo. Vor allem Kopf wiegt auch ein bisschen. Und sagen wir so, der Preisunterschied zwischen Carbon und Alustativ, das ist natürlich Geschmackssache. Ja, wer 200 Euro zu viel hat, kann natürlich Carbon kaufen. Aber ich sage jetzt einfach mal, Alu reicht vollkommen aus. Und bei diesem Stativ ist mir absolut sympathisch diese Klappverschlüsse. Ja, da kann ich viel schneller Stativ ausklappen als bei einem Drehstativ, wo ich jetzt zum Beispiel immer jeden Segment rausdrehen muss. Also hier klapp, klapp, klapp. Ja, alles zu, alles schnell und praktisch. Ich arbeite mit Manfrotto Stativ schon sehr lange. Und ich muss sagen, Manfrotto ist einfach cool. Also hier gibt es natürlich auch noch eine andere Option bei diesem Stativ. Wer kleine Tierle fotografieren möchte, der kommt hier auf seine Kosten. Also hier gibt es sowas. Ja, also man kann Stativ praktisch umklappen. Und jetzt, sagen wir so, kommt ein Eichhörnchen und sagt, Babbel macht von mir ein Foto und er sitzt auf dem Fußboden. Und ich kann jetzt nicht einfach so vom großen Stativ auf Eichhörnchen fokussieren. Ja, dann nehme ich diese Geschichte hier, fokussiere tatsächlich von hier auf kleines Eichhörnchen oder auf Blümchen. Und das funktioniert fantastisch. Zweite Sache, was hier absolut geil ist, das ist genauso wie bei anderen Stativen auch. Also wir können Stativ so auseinandernehmen, dass es praktisch so ist. Ja, also wir haben die Möglichkeit, praktisch komplett aus der Nähe alles zu fotografieren. Das ist wirklich eine ganz coole Geschichte. Stativkopf, was ich jetzt hier habe, das ist auch eine Zusatzoption. Also man kann verschiedene Stative nehmen. Jetzt muss ich schnell nachgucken, wie Stativkopf heißt. Ist jetzt alles zugeschraubt, aber wir kriegen das schon hin. So, hier gibt es auch mehrere Sicherheitsverschlüsse. Also Stativkopf heißt jetzt Manfrotto 498 RC2. Das ist ein Klassiker, ist auch nicht sehr teuer, so um die 120, 130 Euro. Und hat einen typischen Manfrotto-Anschluss. Also die Wechselplatte, die sieht so aus. Also das haben alle Manfrotto-Stative. Es sei denn, es gibt welche, die für Videokameras gedacht sind. Die haben natürlich eine andere Wechselplatte. Ja, soviel dazu. Also das ist wirklich ein Klassiker. Es ist auch nicht ganz billig, so ein Stativ. Jetzt muss ich den wieder zurückklappen. Jetzt gucken wir mal, wie das geht. Zack, zack, zack. So, das ist wie Transformers. Wer den Film gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Nur die Transformers, die gehen natürlich viel schneller. So, das ist es. Preis, Stativ mit Kopf, da liegen wir ganz schnell bei ungefähr 400 Euro. Ist natürlich nicht ohne. So, und jetzt nochmal kurzer Vergleich. Also, das, was ich jetzt hier gezeigt habe. Manfrotto 055er Stativ Carbon mit so einem Profikopf, 400 Euro. Eine absolut geile Lösung für alle Situationen und hält auch sehr lange. Also, Manfrotto Stativ, die ich besitze, die halten schon 10 Jahre oder länger. Und gut, wenn man nicht gerade immer in der Wüste fotografiert und viel Sand reinkommt, dann machen sie auch keine Geräusche. Also, wirklich sehr gute Arbeit. Also, besser geht es fast nicht. Also, es funktioniert immer und überall, ja, Qualität aus Italien. Dann haben wir einmal Rollé, ja, sehr kleine Backmaß, nicht teuer. Ich habe nicht gesagt, was es kostet. Also, es kostet um die 100 Euro samt Kopf, ja, und sehr gut für zum Beispiel Kompakt- oder Systemkameras. Und dann Kinderstative oder Kompaktstative, also zum Beispiel Sirui, sehr gut für Kompakt- und Videokameras. Kann man auch als Handstativ benutzen. Allerdings, dieser untere Verschluss hier, dass man hier drehen muss und erst mal aufpassen, wie man zusammenklappt. Es ist ein bisschen umständlich und Preis ist natürlich auch nicht ohne. 90 Euro finde ich schon nicht wenig, ja. Und dann diese kleine Geschichte. Magnesit-Copter von Kuhlmann. Sehr gut, preiswert 30 Euro. Also, mit diesem Stativ kann man wunderbar fotografieren und Videodrehen. Ja, das sind jetzt Stative für alle Fälle. Also, ich habe jetzt nur Stative für Foto genannt. Also, es gibt natürlich Videostative mit Neigeköpfen und so weiter. Aber gut, also dazu kommen wir vielleicht ein bisschen später in einem anderen Video. Für heute bin ich erst mal fertig. Ich hoffe, ich konnte eine oder andere Frage von euch beantworten. Wir sehen uns am nächsten Freitag. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's hübsch und bis dann. Tschüss.